Er steckt dran Ja! What the fuck? Okay, wer wollte jetzt ein paar Sieg haben? Das Feld wollte ein paar Sieg haben. Hexer? Was? Ja. Als ob! Nein, das tust du! Los! Hast du Sand, Hexer? Boah, lass da stell dir doch nie über und nirgends Fackeln hin, ey! Äh, Hexer, hinter dir! Ich hab keinen Inventarplatz frei! Was? Ich hab keinen Inventarplatz frei! Alter, wie viel hast du... Ich mach's für ein Sexy zu! Einen? Dass du einen Platz frei hast für Yeho! Ja, einen! Auch du kannst nicht etwas betätigen! Tue ich schon, keine Panik! Äh, seh ich einen Zorn, bloß mach! Doch, ich bin Deko, siehst du! Äh, Nico, wart mal hier! Hm? Ähm, hier kommt der Zaun lang! Oh, ich hab ne bessere Idee! Ähm, Green, komm mal her! Ja? Ja? Au, was soll das? Äh... Noch ein Schlag! Warum? So, hab ich Platz! Verbedürb! Hast du die Hole aufgenommen? Ich? Nein, hab ich nicht! Das hat die! Hab ich gar nicht! Dann... Das war ein Fail! So... Alersa, gib mal bitte die Schaufel her! Welche Schaufel? Ich hab keine Schaufel! Die, die du nicht aufgesammelt hast! Warte? Danke! Okay, und ich hätte gerne die Hole, die du nicht aufgesammelt hast! Die hab ich wirklich nicht! Das können wir ganz schön nachgucken, Alersa! Wehe dir! Wehe dir! Alter, wie so ne Hexe! Wehe dir! Wehe dir! Okay! Ähm... Nico, wie wollen wir das hier mit dem Wegen machen? Alersa, wir wollen vorn kommen! Gib nicht hoch, was? Ich will... ich will mal! Ich will mal! Ja, mach doch! Mach! Ja, was? Extra Gruppe geben hier! Was willst du mit der Hole wohl machen? Das ganze Feld fertig machen! So, Chris... Ähm... Nach hier! Hm... Jetzt die Frage, wie machen wir das mit dem Weg? Weil hier kommt noch ein Weg raus, und da hinten kommt ein Weg raus! Du Alersa! Ich glaub, du bist da... Ja, hier, wo das hier noch runter ist! Weil dies können wir denn ja abreißen, das heißt theoretisch den Weg können wir hier so weiterführen und hier ran machen! Soll ich das hier machen? Wir können es theoretisch so lassen, oder wir machen einen geraden Weg draus, mir soll's egal sein! Musst du wissen! Na, lassen wir das so! Ja, dieser Weg kommt ja raus! Ja, dann... Mh... Mach mal! Michi? Ja? Wolltest du dich Dings machen? Ja... Aber... Sie sucht das Zimmer! Nein! Was denn? Ist ja was dazwischen gekommen? Ja... Was denn? Sie weiß nicht wie viel man die Dingsons craftet! Was? Was? Das war jetzt kein Scherz, ne? Also, ich dachte gerade... Mein... Wollt's an! Ich wär so blöd! Das war so... Nein, deck mir nicht so! Nein, deck mir nicht so! Ach, das ist Mike! Das ist Mike, ja! Das ist Mike, ja! Ich dachte, das ist Evergreens! Aber weißt du, hast du die Horror kaputt gemacht? Ja! But damn, man! Schafft ne neue an! Schon unterwegs! Nico! Was? Komm's mal! Sofort! Also, er scheinen reicht auch, aber... Was macht ihr denn immer mit der Tür? Wer Tür? Ja, die Tür im Hotel hier jetzt! Mein Hotel! Das Hotel! Die Hotel! Da, ich kann noch mal Glas rein und so! So, wo soll ich jetzt hier kommen, Tobi? Ja, zur Farm! Ich hab den Weg jetzt so fertig gemacht, wie ich dachte! So! Es ist nicht alles ganz so gerade! Es sieht schön aus! Ja, alles geht! Okay, so! Lass den Abreißen oder was? Äh, ja! Dann kann man da auch noch das Restaurant ein bisschen mit ausbreiten! Dann haben wir hier alles schön! So! So! Denn, den Sand, der da ist, den brauch ich denn! Äh, wie machen wir das hier? Ach komm, machen wir das ganz stylisch! Ähm... Naja, stimmt ja! Ähm... Wollen wir hier überhaupt einen Zaun machen, hier so innen? Oder den Zaun hier einfach abreißen? Wie, wo? Hm? Ja, diesen hier praktisch! Warte kurz! Wollen wir ganz kurz eben... Ja! Wer hat hier seine Sache reingeschmissen! Einfach! Äh, ich! Ja! Also... Ähm, hier! Ich glaube, wir lassen den Zaun hier weg, dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz für Kakteen! Sonst haben wir eigentlich nur ziemlich wenig Platz! Ne, wir brauchen so viel Kakteen auch, ne? Muss du drängen! Ähm... Ja, äh... Ne, so sollte ich ja nicht! Ich will den Zaun lassen! Äh, gut, doch, so wird doch gehen, theoretisch! Wenn man jetzt hier einen Durchgangsweg macht, wird doch so gehen! Ja, dann lassen wir den Zaun, oder? Ja, also den Außenzaun lassen wir! Nö, Deko halber bleibt hier so! LOL, wo kommt die... WTF? Okay... Äh, was machst du jetzt denn? Ich will das ein bisschen... Das hier haben! Achso, du wolltest unterm Zaun das? Okay! Sieht besser aus, wenn nicht! Äh... Ja, ist mir eigentlich egal! Äh, ne Sand liegt in der Kiste übrigens drinnen, ne? Okay! Ne, hab ich hier! Hier hab ich den Sand, oder? So, so hab ich gedacht! Und hier dann halt so zwei... In Sand gesetzt! Ähm, wie wollen wir das hier machen? Da, wo halt Zaun-Tore sind? Da Gravel, oder...? Äh... Ich würd sagen, da machen wir auch Gravel, dann... Reiß mal raus, bitte! Alter, was macht ihr denn? Das war ein Creeper! Hier bitte auch nochmal einen Nico! Was? So, Opel, hast du da? Ja, ein bisschen... Dann kommts besser auch! Ja, musst du glaub ich mal bei dem anderen da die Felder neu machen! Aua! Jetzt mach ich mich auch noch selber! Fail! Und putz! Ja! So! Also theoretisch... Ja! Und haben ja auch nur vier Folgen dafür gebraucht! Tobi? Hm? Hast du auch nochmal noch? Äh... Ja, sieben! Naja! Hier ist Holz, dann kannst du neue craften! Okay! Ähm, Alessa? Ja! Einmal hier neu! Okay! To fuck! Wo hast du die Kakteen hingelegt, Nico? Die Kiste! Okay! Ähm... Ja! Oh! Hattest du kein Dreck dabei? Was? Ja, wo du das Loch hier gelassen hast! Hm, ich hab ein Deck dabei gehabt, ne? Ähm... Wenn man mal bedenkt, wie oft haben wir jetzt eigentlich schon die Getreidefarm abgerissen und neu aufgebaut? Zweimal! Das müsste so sein... Nee, das ist glaub ich schon... Einmal war das ja nur die Hälfte vom Feld und dann haben wir die doppelt gemacht! Ähm... Erweiter... Und jetzt haben wir die nochmal umgesetzt! Hm... Und nochmal erwartet! Ähm, wollen wir pennen gehen? Ne... Wird ja schon der Tag! Nö... Lass mal verteilen mal die Fackeln irgendwie ein bisschen schön an auf den Ecken! Christian, oder? Vorsicht, Zombie! Ich weh! Bei mir! Äh... Mich hang grad nicht wie Anna, also... Falls bei mir Anna ist, muss man eher was machen! Aua! Das ist mies bei den Kakteen! Hahaha... Das ist dann sehr lustig! So... Und... Hier das gleiche Spiel nochmal... Ach... Mist! Was dann? Äh... Ja, hier bei diesem Weg haben wir ein Problem... Was dann? Ja, hier außen können wir keine Kakteen pflanzen... Hier... Oh... Diese Reihe... Ja, ist... Egal würde ich sagen... Ja, ich... Jetzt machst du hier... Machst du hier... Ja... Was für die Mittelreihe... Ehm... Was los magst du? Ja... Wer baut dich ständig die Tür ab? Bei Montellen, komm mal... Äh... Zockis rein! Zockis rein! Wer baut hier aus... Die Spawn da drinnen! Da ist glaube ich hell genug! Nö... Die Spawn da drinnen! Nö... Die Spawn da drinnen! Kann nicht sein! Irgendeiner von unseren Sonderfellen baut immer die Tür ab! Hab bewusstlos! Sonderfellen? Wie sieht denn die... Wie sieht denn die Tür aus? Also das ist jetzt schon nicht mehr die richtige Tür! Michi, was musst du eigentlich? Aber... K... Michi! Äh... Ja... Das mach ich... Das ist doch mal... Ja... Irgendwie nicht mehr leckt! Was? Sie versucht, dass sie in Minecraft nicht mehr leckt! Leckst du das? Ja... Okay... So... Hm... Also ich wurde gerade gefragt, ob ich auf irgendein Konzert mit will! Nein! Und das wäre für mich sogar gratis! Jo... Ich müsste dann halt nur die Bahnkarte... Bezahlen nach Hessen! Und dann würden die mich mitnehmen nach Bayern! Ähm... Ja... Aber wer will schon nach Bayern? Ich! Halt die Klappe! Ich mag besuchen wir mal was! Was? Ganz! Sicher! Nicht! Nicht! Mhhihihihihihi Hat einer nicht schon mal gefixt mittlerweile? Den Lagerfeuerplatz oder? Setzt der ich noch im Lagerfeuer oder? Gefixt! Das ist ein Bug oder was? Habe ich dir jetzt Schaden gekriegt? Du! Ich hab keinen Schaden gekriegt! So! Lustig aber! Mh... Ja... Jetzt brauch ich nur noch Wasser! Wasser? Äh... Chris, hast du mit Knochenmehl nachgeholfen? Oder... Wächst das neulich? Zu schnell! Ah, okay! Hast du noch geholfen? So... Ne, äh... Nico, hier bleibt drinnen! Hier kommt Wasser rein! Aber Minimo an mich, ich brauch' neues... ...knochenmehl! So! Äh... Werd die Hohle von euch beiden? So! Dann fehlt hier noch... ...zwei Zauntyr... ...drei brauch'n wir noch! Sand! Was ist mit Sand? Brauch'n wir doch nicht mehr! Nö! Nö, ist doch hier fertig! Holz noch Tierseite planten! Äh... Kürbis! Äh... Kürbis und Melon. Achso. Dann können wir das hinten auch abreißen, haben wir da auch noch ein bisschen mehr Platz hier. Wie viele Dings brauchst du noch? Wie viele Zaun-Türen? 3, ne? Äh, ja, 3 sind das, glaub ich, ja. So. Na gut, theoretisch, dieser Zaun ist auch so, dann los. Wo? Wo sind die denn? Da, ne? Es soll da Wasser hin. Ja. Hier noch eine. Äh, Nico, willst du hier denn auch noch einmal Ding jetzt umranden? Äh, weiß nicht. Drüben, ne? Ja, ich bin raus und rande du. So, das ist ein fail. Ich habe heute neun-die-Fachregion-Stormer. Die neun-Stormer gelegt. So soll ich hier auch alles Dingsens machen? Kannst du machen? Und dann kannst du dir auch Kürbis und Melon und Pflanzen. Aber vorher gucken, was sie noch im Lager haben. Ja. Äh, ich weiß, was die Zunge, ne? Äh, ich liege drüben. Also auf einer Seite sollen die Dingsens und auf der anderen Seite sollen die... Dingsens, genau. Okay, haben wir also Dings. Auf einer Seite X, auf A, Y, da. Ja, ja. Ja, alles. Wollen die irgendwie bestimmt angeordnet sein? Äh, nee, ist egal, nur Gleich-Harf. Sie haben drei noch zu wenig, Nico. 3 Sono. Tore. Tobi, ich hab keine Stormbacks mehr. Äh, ich hol mal welche, dann mach du dem Zaun Tore. Ich hab im Dings, äh... Im Ofen hab ich Dings reingelegt, ne? Ja, hast du eben schon erzählt. Ich glaub den Park bauen wir aber nochmal ab und bauen nochmal schön hin. Nö, ist doch cool. Also ich mein die Bäume teilweise, weil... diese flachen Bäume sehen nicht so schön aus. Finde ich. Also dann lieber ein bisschen höhere. Weißt du, was ich mein? Gucken halt, ähm, wie... Ich weiß nicht, ob du mich grad siehst. Siehst du mich hier hinten, Nico? Ne, gehst du dran dabei kurz. Achso, ja, aber halt ein bisschen höhere. Oder vielleicht Birken, die wachsen allgemein höher. Was denn? Ja, Birken hin, Franz. Ah, die hier, okay. Oh, ich hab den Zaun gesetzt gerade. Ich hab grad einen Zaun hingesetzt. So, dann gleich das noch abreißen und dann... Wenn du willst, kannst du gleich ein bisschen größeren Park bauen. Echt? Ja, dann geh ich schon mal beim Leuchtturm bauen. So? Den Park muss er bauen? Hm, ich weiß nicht. Jo. Ich mach das eben fertig. Okay. Ach, hast du was zu essen dann gerade? Äh, ja, kurz sofort. Christopher? Christopher? Christopher, was? Ja, Christopher war verstanden gerade. Muss ich mir gleich mal was Neues machen. So. Und wir haben eine hübsche kleine neue Farm. Unsere kleine Farm. Ich fliege besser als die vorige, oder? Hm. Ist das nicht süß? Also Nico, komm mal mit. Ach, magst du auch das auch? Also allgemein wollte ich die Ranken erstmal wegnehmen. Okay. Weil bei so nem Park finde ich das ein bisschen doof immer. Ah. So, also ich mach so ne wie hier. So mach sie. Diese größere. Michi, was machst du da? Hm? Michi, was machst du da? Also. Ja, du hast du Angst. Ja. cess Fi.